Im Dezember 2022 nahm sich Steffen Twitch-Boss, der durch die Talkshow von US-Star Ellen DeGeneres berühmt wurde, das Leben. Ende August 2024 machte seine Frau Alison Holker ihre neue Beziehung öffentlich. Nun zeigt sie auch das Gesicht ihres Partners. Dieser Todesfall erschütterte ganz Hollywood. Am 13. Dezember 2022 wurde Steffen Twitch-Boss, 40, tot im Zimmer eines Motels in Encino, Kalifornien, aufgefunden. Der Choreograf hatte sich laut dem Polizeibericht eine Schusswunde in den Kopf zugefügt. Boss hinterließ drei Kinder und seine Ehefrau Alison Holker, 36. Steffen Twitch-Boss Witwe machte neue Beziehung im August 2024, öffentlich Ende August 2024, überraschte Holker mit einer erfreulichen Nachricht. Die Tänzerin ist wieder in einer Beziehung. Auf Instagram teilte sie einen ersten Schnappschuss mit ihrem neuen Partner. Auf dem Bild waren nur die händchenhaltenden Schatten des Paares zu erkennen. Zu der Aufnahme fügte Holker lediglich ein rotes Herz hinzu. Für ihre Freund, Innen und Follower. Innen war dennoch klar, was die Tänzerin damit sagen wollte, sie ist wieder vergeben. Ich freue mich so für dich, du verdienst all das Glück und ich bin stolz auf dich, dass du den Schritt gewagt hast, hieß es unter dem Post von Alison Holker. Es ist ihre erste öffentliche Beziehung seit dem Tod ihres Mannes Steffen Boss. Die Identität ihres Freundes behielt Holker jedoch noch für sich. Ihr neuer Partner Adam Edmunds kann nicht tanzen. Zweieinhalb Monate später enthüllt Alison Holker schließlich das Gesicht und den Namen ihrer neuen Liebe. In einem Instagram-Post vom 15. November 2024 zeigt sich die Tänzerin auf gleich drei Schnappschüssen neben ihrem Partner Adam Edmunds. Bereits im September posierte das Paar bei der New York Fashion Week für die Fotograf-Innen, doch erst jetzt erwähnt sie ihn namentlich in einem Beitrag. Zusammen besuchten sie demnach die Dancing with the Stars Show, in der Holker zwischen 2014 und 2016 als Profitänzerin antrat. Wieder im Ballsaal von at Dancing with the Stars zu sein, war absolut magisch. Ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter für dieses nächste Kapitel sein, schreibt die 36-Jährige zu den Bildern. Die sie und ihren Partner freudestrahlend im Fernsehstudio zeigen. Edmunds ist dem Magazin People zufolge als Tech-Unternehmer tätig und Vater eines Sohnes. Auf dem Tanzparkett wird man ihn aber wohl nicht zu sehen bekommen. Eines sollten wir jetzt aus dem Weg räumen. Ich kann nicht tanzen, sorry an alle, kommentierte er humorvoll unter Holkers Instagram-Beitrag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020